Hallo du! Ja, dich meine ich dort vor dem Bildschirm. Schön, dass du den Weg auf meinem Kanal gefunden hast. Du fragst dich jetzt bestimmt, was ich hier auf diesem Kanal mache. Dann bin ich mal so lieb und antworte dir. Auf diesem Kanal kommt hauptsächlich Gaming von zum Beispiel Minecraft oder Pokémon. Aber manchmal habe ich auch zum anderen Lust. Außerdem versichere ich dir, dass es hier nie langweilig wird. Wenn du also Bock hast, dann kannst du gerne dranbleiben und ein paar Zehner's meinen Videos anschauen. Wie war noch gleich der Name? Du weißt den Namen von deinem Enkel nicht? Nein, definitiv nein. Wie kann man nur den Namen von seinem Enkel nicht wissen? Ist das wirklich keine Karte? Oder kann ich sie ein bisschen überreden? Hey, hey, ich habe ein paar Süßkram und so. Ich verstehe jetzt mit Süßkram. Hier, das wird dir weiterhelfen. Oh, ich bin nicht Gary. Ich glaube, die ist blind. Egal. Ja, ja, wir sind Gary. Und sein Name ist John Cena. Wuhu. GG. John Cena. Wuhu. So. Okay, was soll das hier überall? Es ist ein Schneespitz. Und das ist ein Schneespitz. Das ist, wer hätte es gedacht, ein Schneespitz. Überraschenderweise ist es ein Schneespitz. Schneespitz. Ist es wirklich ein Schneespitz? Ja, ich weiß es nicht. Sieh her, ein Schneespitz. Wow, ne? Wie? Hier liegen 30 Gold. Was ist das? Was? Wenn es dir also nun gefallen hat, dann kannst du gerne diesem Video ein Magich geben, mich eventuell sogar abonnieren und oder dich mal bei mir umsehen. Und du kannst Verbesserungsvorschläge gerne in die Kommentare schreiben. In diesem Sinne verabschiede ich mich von dir und sehe dich vielleicht in eins meiner Videos wieder. Tschöööö. Bis zum nächsten Mal.